Ich hab den SWAG OUT! Ich schaue kurz in den Spiegel und sage I. Oh Gott. Erstmal kurz nachladen. Momentchen mal, ich bin ja gar nicht da drin. Was für eine Verarsche ist das denn? Äh, du hast den Zweck auch nicht. Oh, willst du mich verarschen? Dankeschön, dass du, äh, dass das Spiel mir überhaupt eine Waffe gegeben habt jetzt. So. What? Ah, hab schon gedacht. Ne. Die Lampe ist wieder da. Ne. Ah. Was? Ähm. Wie kann ich raus? Hilfe? Wo? Toilette, hilf mir. Was schmecken? Soll ich verarschen? Verdammte Scheiße. Was ist das denn? Oh, hallo Lampe. Oh, hallo Lampe. Lampe. Wozu? Was zum Teufel ist das? Das ist so scheiße, dass ich jetzt keinen Rucksack dabei habe. Wo zum Teufel soll ich das andere Teil finden? Weißt du was hier? Oh, hallo. Ne Lampe ist mir gerade momentan wichtiger. Oh, hallo. Oh, hallo. Ich hab den Weg geöffnet. Ist ja geil. So, wohin geht das? What the fuck? W通ste. ε What the f... Alles ist so ganz schlecht. Das ist eigentlich der Weg. Jetzt verbinden wir die beiden, gehen wir da noch nicht. So, Bösch, komm her. Wo bist du? Da drin, oder? Guck mich an, wenn ich dich anschieße. Hm, okay. Dann gehen wir mal da runter, ne? Da ist die andere Platte. Hättest du dir gedacht, ne? Okay, ich hab die andere Platte jetzt gefunden, aber... Mein Platzbedarf ist ziemlich hoch. Unlock the ledge. Schön. Ah, jetzt sind wir auch hier. Das heißt, ich kann mal kurz die Spritze wegschmeißen. Speichern wir mal kurz. Und sag schon mal Tschüss und wir sehen zum nächsten Part wieder. Und dann Spaß, ich schiebe weiter. Ich möchte jetzt so viel Material wie möglich haben, weil ich im Moment ziemlich viel Scheiße... Scheiße, wenig Zeit habe eigentlich. So, nehmen wir mal kurz das rechte Platte da. Gehen wir hier durch, gehen da nach oben, die Treppe hoch, gehen zur anderen Platte, verbinden die Ballen, guck mal was da drauf steht. Ich wette mit, ist das ja entweder das Telefonnummer oder das da ganz oben für das K-Pad da. Ich wette da oben mal. So, da ist die andere Platte. Und dann liegt nur noch mal eine Schutgang. Warte, wie ging das nochmal nochmal? 5117 51173 51173 51173 97 Nein, nein, 6 511738 511 5117 Verdammt Verdammt Ich weiß, dass sie nun mal nicht vorhanden ist. Ich möchte auch weg. 51173 51173 51173 51173 51171 8123 9123 6111 4147 6138 8138 Wir zum 5799 Wer ist das denn? What the fuck? Okay Inventory voll Ah, ich brauch die Scheiße hier nicht mehr 5799 5799 What the fuck, wer war das denn gewesen? Ich würde gerne zurückgehen und gucken und meine Spitze mitnehmen, aber Machen wir kurz die Bitch fertig 5799 glaube ich war das Yes Doktorlein, wo bist du? Okay Ihr wisst, was das bedeutet Spritze Kombinieren Brauche ich eigentlich gar nicht Geh mal kurz weg, Taschenlampe Hallo, Shotgun Hallo Jetzt geht's los Ist er hier überhaupt? Da bist du! Du bist tot! Du bist so tot! Oh, jetzt Oh, ich muss gegen den Doktor kämpfen Oh Scheiße Wo ist er? Wo? Wo? Ja, ich hab dich erwischt Was willst du dagegen machen? Weiter Na, Mama, Romo Aua Aua Oh, fuck it Äh, kurz in Deckung gehen Woah Okay, das wird ein Battle Aua Hast du mich gar nicht getocht? Ah Ah, scheiße Ich muss nachladen Ah Ja, ich hab dich gesehen Ah, er musste nachladen Was für eine Sch... Er ist gleich tot Geht doch Er ist gleich down Oh, nice Ah, geht doch Simon, die Pille von sich selbst wird dir nicht besser machen Du musst etwas mehr machen Ähm Ich empfehle, dass du einen neuen Modell für eine Kognitiv Therapie Was ist das? Na, es ist ein paar Übersetzungen Ein Weg, um die Vergangenheit All die schlechte Gefühle und die Gefühle du hast Er ist interessiert in die Bibel, Simon? Ich weiß nicht Warum? Alles klar Ich wollte nur herausfinden weil ich möchte, dass du etwas probierst Ich möchte, dass du ein Buch ein Buch ein Buch über wie du fühlst Du denkst, dass du das kannst? Ich glaube so Ich kann versuchen Nein Oh, fuck Oh, mein Gott Oh, sein scheißes Gehirn wurde weggefetzt Nicht so ein schöner Tod Was zum Teufel ist das denn? Revolver Munition? Das hat er also Ne, das möchte ich aber nicht Ich habe zwar Revolver Munition aber selbst keine Revolver Was habe ich jetzt eigentlich Backdoor Achso Okay Brauche ich jetzt die Taschenlampe? Scheiße auf die Hoffentlich brauche ich die nicht Hoch So ist er auf einmal so eine Lampe Naja egal Okay Immer noch dunkel da außen Oh Hallo Hallo Ich muss ich nur noch wissen Es ist hell draußen Oh mein Gott Muss ich gerne wissen wo der Spektor ist Ich glaube hier Ah Ich sehe scheiße nichts Geil es ist hell draußen Dann brauche ich ja keine Lampe mehr Ach hier ist Find your way home Obwohl wenn die mir schon hier So eine Lampe anbieten Nehme ich die doch mit Wieso nicht? Find your way home Stand da Ist das jetzt vorbei das Spiel? Muss ich jetzt nur noch das Zuhause finden Und finito oder was? Schöner Revolver Munition Aber keine Revolver Was ist das denn? Und wofür braucht ihr eigentlich die Lampe Wenn hier sowieso alles hell ist? Alter Wenn der Wald so hell ist Dann ist das ja richtig geil War ja das ganze Spiel War ja die ganze Zeit dunkel gewesen Jetzt wage ich Ach da Ich habe immer noch diese Wunde Sonst hätte ich ja nicht so viel So wenig Leben da Wo sind wir jetzt hier gelandet? Jetzt sage ich nicht Ich muss mit dem Boot jetzt Ach du scheiße Ich muss jetzt wirklich mit dem Boot Oh nicht die Musik Warte ich möchte mich drehen So wo muss ich jetzt hin? Nach da hinten Guck mal jetzt scheint die Sonne Die ganze Zeit hat dieser scheiß Blockdog gelebt Und jetzt ist er tot Und anscheinend fühlt er sich jetzt besser Weil er sich jetzt besser fühlt Und keine Angst mehr hat Und jetzt ist er so